Hallo und herzlich willkommen bei Simba, dem Ritchback. Ja, normalerweise muss man sich immer ganz viel Gelaber anhören und dann kommt das Coole auf YouTube. Ich mach das jetzt mal andersrum und spiel direkt mal so ein bisschen Freilauf ein und dann hören wir uns gleich nochmal wieder und ich laber noch ein bisschen rum. Bis dahin. Bis dahin. Und lauf. Ja, fein. Und lauf. Hier. Simba. Hier. Simba. Fein. Fein. Nein, Simba. Hier. Ja, fein. Simba. Nein. Hier. Simba. Hier. Gut, der Junge. Lecker. Ja, ihr habt es mit Sicherheit gemerkt. Es kam jetzt ein halbes Jahr. Keine Videos. Die Zeit haben wir einfach gebraucht. Also Simba und ich oder wir. Das ist ja nicht nur mein Hund, das ist ja auch der meiner Frau. Um halt einfach zu üben, ja. Dabei zu filmen ist halt immer schwierig. Hey. Hey. Ist halt immer schwierig. Und ja, deswegen habe ich es einfach ganz drauf verzichtet, weil da ist mir einfach auch, ja, das Zusammenspiel zwischen Hund und uns wichtiger, als da irgendwas aufzunehmen. Die Kernbotschaft soll sein jetzt hier, wir sind wieder da. Also es kommen jetzt wieder regelmäßige Videos. Schön wäre es, wenn ihr mir hier so ein paar Themen vielleicht reinschmeißt, ja. Also wo ihr sagt, Mensch, das interessiert mich. So zwei, drei habe ich schon in petto vorbereitet. Wir haben jetzt so ein bisschen Zeckenzeit, ne. Da würde ich gerne mal ein paar Worte zu verlieren. Aber an der Stelle würde ich einfach sagen, ja, wir sind jetzt also wieder da. Es kommt wieder Content sozusagen, ja. Auf YouTube-Deutsch. Und ich will es jetzt auch gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Vielleicht kriege ich unseren Hund auch nochmal dazu Tschüss zu sagen. Sagst du noch Tschüss, Simba? Simba! Hier sind ganz viele läufige Hündinnen unterwegs. Und ja, anscheinend hat er da irgendwie was in der Nase gerade, was ihn interessiert. Sagst du noch Tschüss, Dicker? Simba! Simba, hallo! Ne, wieder nicht. Dann beenden wir das mal an der Stelle hier und wir sehen uns. Ach, das ist gut. Vielen Dank.